Im hochratrativen Süden der Stadt gelegen, haben wir heute zwei Mehrfamilienhäuser aus dem Jahr 2022, die mit jeweils fünf Wohneinheiten die perfekte Symbiose aus barrierefreien Wohnen und Residieren im Penthouse ermöglichen. Doch was sind eigentlich die Merkmale einer Penthouse-Wohnung? Wie definieren Sie elitären Wohnraum? Sind es die 144 Quadratmeter Wohnfläche, ist es der Designer Vinylboden oder die außergewöhnliche Deckenhöhe? Für mich persönlich ein Highlight in naturnaher Umgebung. Entspannen Sie auf Ihrer 38 Quadratmeter großen Dachterrasse mit direktem Blick in den Lindener Gutspark oder vielleicht doch eine Fahrradtour in den nahegelegenen Odenwald? Ihnen haben die hochwertigen Wohnungen gefallen? Dann kontaktieren Sie uns. Ihre Sorglos-Makler, Sören Beckers und Martin Schröder.